Andrea, wie geht's? Gut. Was machst du da? Valentina. Wo ist sie? Dort oben. Wo? Oben. Ja? Ja. Beide Hände unterhalb. Erst nachlassen, wenn du sie spürst, gell? Langsam, langsam, dass es für sie bequem ist. Lass sie runter. Lass sie runter. Langsam, langsam. Nicole, gehst du hinter die Andrea und das Seil in deine Hände nehmen, als extra Sicherheit. Lass sie runter. Ein bisschen schneller. Nicht ganz schnell, nur ein bisschen, dass sie runterkommt. Jetzt heraus sie runterkommt. Du konntest und jetzt nehmt sie runterkommt, ja? Ja. Das ist gut. Das ist aber das angekommen. Die Kasten mit dem compliqué mit dem Gewicht. Vielen Dank.